So bringe mir endlich die Lampe, sonst verschließe ich die Grotte und du wirst für immer hier bleiben. Nein, ich kann nicht. Du hast es nicht anders gewollt. Was soll ich tun? Vielleicht hilft mir dieser Ring. Oh, was ist das? Sei gegrüßt, mein Meister. Ich bin der Herrscher aller dienstbaren Geister und dein Diener, denn du besitzt die Lampe. Was kann ich für dich tun? Bring mich ans Tageslicht, zurück in die Stadt, zu meiner Mutter. Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen, mein Herr. Ich stehe dir stets gerne zur Verfügung. Oh, danke. Bitte gern geschehen. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.